hey leute und herzlich willkommen zurück zu kraft attack ich bin hier auf meiner fliegenden insel und das hier ist die erste folge die nach dem 24 stunden stream aufgenommen wird erst mal fettes sorry an euch das ja die folgen asynchron waren die vier stück die vorproduziert hatte das sollte jetzt nicht mehr so sein ja ich habe nämlich ein neues aufnahmeprogramm und kam damit noch nicht zurecht und ich hatte keine zeit ist alles richtig hinzukriegen und noch mal neu aufzunehmen und blablabla deswegen habe ich es einfach hochgeladen sorry entschuldigung angenommen fragezeichen und ja mich würde interessieren wer von euch war denn überhaupt dabei im 24 stunden live stream schreibt mal in die kommentare ihr dürft ich schreiben und ja dann sehe ich das ja mal wie viele dabei waren so wir haben hier einmal unsere fliegende insel dort und da habe ich weiter gebauert gebauert ich habe hier das ganze ich sag mal wo fuck alter ich fast runter gefallen hier versucht zu befestigen das soll so rund um die insel so ein bisschen gehen diese mauern und ja hier ein weg hingezimmert das portal ist ja synchronisiert in den letzten folgen was nicht gesehen hat noch mal angucken und ja ich habe hier ein haus hingezimmert ist es einfach 08 15 ich weiß noch nicht eingerichtet und ja hier einen weg aus kies hingezimmert und ja hier soll ja dieser wurm wie komme ich auf wurm ich meine turm entstehen hier soll ein turm entstehen wo ich dann mit der elutra runterfliegen kann und ja die insel ist halt ich finde ich finde sie cool und habe da lust das ganze so ein bisschen weiter zu bauen hier haben wir noch einen weg nach unten der soll natürlich noch gecancelt werden weil man kommt nur durch dieses netter portal soll man hochkommen vielleicht kommt dann hier so eine art dock hin oder ja ein dock nennt man das wo ein luftschiff andockt vielleicht kann er ziehen es mir ja dann ein luftschiff bauen das wäre ja auch irgendwie toll also ich fände es toll und ja mal gucken was ihr dazu haltet schreibt meine kommentare und ja wie gesagt hier der turm was wollte ich euch zeigen den keller hier beziehungsweise das innern der insel das hier war nur zum farmen von koppel und hier jetzt eine treppe runter und hier geht es dann in die chill lounge hier soll es nämlich nur glasboden geben bin ich mal gespannt wie das dann nachher aussieht und wie groß das wird also ich finde es auf jeden fall cool wie das ganze aussieht ich wollte nur sicher gehen dass ich die elutra haben können wir mal von unten gucken ich liebe es mit der elutra zu fliegen ist echt hammer leute guckt euch das mal an guckt euch das an hier die insel und das da will ich noch sprengen da gibt es auf jeden fall eine sprengung ich will nämlich dass die insel völlig losgelöst von der erde ist und nicht dass da noch so ein hässlicher klumpen da ist also müssen wir da auf jeden fall noch hingehen und hier dingens farmen tnt damit wird es auch kräftig in die luft jagen können und ja also ich finde die insel auf jeden fall sehr nice und es ist unser weiteres projekt was in streams geht es noch au sag mal die skelette haben auch irgendwie einen schaden mittlerweile was die sind so hyperactive alter höre auf hört auf mich abzuschießen meine freunde einfach aufhören ist alles gut und das projekt der lederne basti wird natürlich auch weiter geführt ich hatte nur im 24 stunden leistung einfach mega viel zu tun es hat es hat so spaß gemacht einfach ich habe dann einfach um 17 uhr den stream ausgeschalten und habe fünf stunden gepennt und war dann noch mal bis zum ende bei wenig im stream das war echt geil und ja so hoch okay alles gut alter was ist jetzt los ja und dann wollte ich mal noch sagen an die leute die woodlife als nachmache empfinden den wollte ich einfach nur sagen dass ich mich für euch schäme das ist einfach kindisch und unnötig dann keine ahnung es ist ja es ist zwar dasselbe modpack aber jeder streamer interpretiert anders macht was anderes draus seine eigene unterhaltung von daher einfach mal wirklich schaltet euren kopf ein lohnt sich das wirklich so was unnötiges zu schreiben eindeutig nicht also von daher das projekt wird trotzdem weitergehen es juckt mich nicht es wird die anderen teilnehmer auch nicht und von daher ich habe bock auf das projekt und da wird es auf jeden fall streams dazu geben und es ist ja nur ein streaming projekt nur montags wird es bei mir eine update folge immer geben und ja von daher also kraft attack wird natürlich auch weiter gestreamt werden ich finde es einfach cool ich mag es gut läuft es ist einfach so zum abschalten und vanilla minecraft und seiner wahren schönheit aber wisst ihr was wir jetzt machen da wir gerade im netter sind mache ich mir jetzt mal eine fette workbench okay so fett ist jetzt auch wieder nicht und mache hier mal ein paar stufen denn wir haben hier keine stufen so 12 16 20 20 reichen auf jeden fall glaube ich hier kommt man hoch stufe 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 ich will denn die decke wirklich drei hoch haben das heißt wir machen hier haben wir das ganze auf jeden fall drei hoch keine ahnung für zahl drei hoch einfach besser so kommen einfach die 20 stufen haben nicht gereicht okay warte mal dann machen wir es mal so genauso okay ich muss mir noch mal eine stufe machen beziehungsweise einmal das ganze zeug hier kraften so und dann einmal zweimal dreimal viermal so und das ganze hier noch einbauen hier geht es nämlich zu meiner ferieninsel glaube ich baue den eingang etwas keine ahnung cooler so ich glaube das sieht cool aus so und jetzt hierzu und ein da nicht da wollte ich nichts haben so und zack 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 der hämmer ja auch noch was so kann man so lassen na und dann noch einfach damit es netter rigger ist machen wir hier einmal zweimal okay damit kann ich eindeutig leben hier an der seite pack ich noch was so genau habe ich denn hier gerade irgendwo close doch noch ich glaube nicht ich glaube nicht okay machen wir uns auf den rückweg ich weiß auch gerade gar nicht mehr wo ich vor kraft attack vor dem 24 stunden livestream stehen geblieben bin ich glaube da habe ich das schon mit der insel gemacht genau ja bin auf jeden fall mal gespannt was aus diesem projekt hier noch wird ich habe noch einiges vor macht auf jeden fall spaß entweder will ich auch irgendwann mal fahren und daher freue ich mich weiterhin auf eure unterstützung in den folgen dass da können wir mal weg klopfen das stört nämlich nur den weg und und ja ich sag grad voll oft m ja ja aber mir ist gerade die sprache irgendwie abhanden gekommen ich bin immer noch unter dem delay vom 24 stunden stream ja ich hoffe ihr habt mir das zu verscheiden ich habe voll viele sprechfehler momentan das ist ich bin einfach nicht ausgeschlafen leute deswegen ist das ganze jetzt auch verzögert die videos kommen gerade bisschen bisschen verzögert das heißt deadpool und sims sind jetzt zwei tage lang nicht gekommen und da menschen ist so ein ding da will ich noch mal mit als kalte eine ruhe drüber reden ich habe weiterhin bock das modpack zu spielen beziehungsweise die mord allerdings finde ich es einfach schade für euch das ist halt zeitlich irgendwie keine ahnung nicht so kommt wie wir es geplant hat ne ich habe halt einfach das gefühl als kalte hat da keine geduld dafür dieses mega modpack zu spielen oder es geht ihm halt mega schlecht oder so gesundheitlich ich weiß es einfach nicht ich habe schon länger jetzt nicht mehr mit ihm geschrieben deswegen einfach nur damit ihr auf dem stand bleibt ich will das projekt nicht fallen lassen ich will es auf jeden fall weiterführen wenn nicht auch einfach nur pausieren und ich würde jetzt auch leute weil das ganze eigentlich nur eine update folge ist einfach mal gucken jetzt was ihr noch so für ideen habt für craft attack schreibt mir das mal in die kommentare auf jeden fall und dann würde ich jetzt die folge hier schon beenden bis zum nächsten mal leute lasst einen daumen nach oben da wenn ihr mehr craft attack beziehungsweise wenn ihr weiterhin bei craft attack dabei seid weil die aktivität hat nämlich wieder ein bisschen nachgelassen was ich schade finde denn wir sind doch so eine coole bombastische community von daher verstehe ich auch irgendwie nicht ich mache ja nichts anderes als sonst deswegen leute bis zum nächsten mal haut da rein und tschüss tschüss